Hallo zusammen, heute gehen wir an einer anderen interessanten Community-Frage nach. Darf ich in der Öffentlichkeit mit meiner Gear rumrennen? Also gibt es da eine rechtliche Komponente, weil ganz viele Spielfelder sagen ja immer, anreißen in Zervil. Gibt es tatsächlich eine rechtliche Komponente dazu oder ist es einfach bloß eine Regel? Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Die Frage tatsächlich war aus der Community, darf ich mit einer Uniform, mit meiner Airsoft-Gear in der Öffentlichkeit rumlaufen und der User hat auch gleich ausgegrenzt, er will gar keine Hoheitsabzeichen drauf haben, es geht einfach bloß um die Gear. Also ich weiß gar nicht, in welchen Kontext er sich gestellt hat, ob es hier um die Anreise geht oder sonstiges, aber er hat einfach diese Frage gestellt. Wir fanden das Thema interessant und wollten da mal eine Aussage zu tätigen. Wenn ihr einfach in der Öffentlichkeit sagt, ich möchte jetzt mal einen Plattenträger in der Öffentlichkeit tragen, aus welchen Gründen auch immer, irgendein besonderer Fetisch oder sonst was, gibt es dazu absolut rechtlich keine Verbotszone. Was aber ein Thema ist, auf das man wirklich Rücksicht nehmen muss und das hat der User hier zwar schon ausgeklammert, aber ich würde es trotzdem mal gesagt haben, ist das Thema Hoheitsabzeichen. Wenn ich eben sage, ich habe eine deutsche Flagge seitlich drauf, ich habe ein Polizeiabzeichen drauf, ich habe ein Bundeswehrabzeichen drauf oder sonst was, das sollte man öffentlich nur tragen, wenn man es auch tragen darf. Also wenn ich auf meinen Arm deutsche Polizei draufstehen habe, dann sollte ich auch bei der Polizei sein. Ganz ehrlich, macht so einen Scheiß nicht. Renactment kann man vielleicht noch darüber reden, auf dem abgegrenzten Grundstück kann man auch noch darüber reden. In der Öffentlichkeit zu rumlaufen ist eine ganz dumme Idee, gerade mit der Polizei, das ist Amtsanmaßung. Also Polizei, Zoll, Justiz oder sonstigen Sachen, das ist alles Amtsanmaßung, das sollte man vermeiden. Einfach mit einem Plattenträger draußen rumlaufen, gibt es nichts dagegen zu sprechen, außer dass euch die Leute wahrscheinlich ziemlich seltsam anschauen werden und dass die Leute euch wahrscheinlich irgendwie für eine Spinne halten. Ich wüsste jetzt auch keinen praktischen Nutzen für einen Plattenträger, außer dass ich sage, ich will hier die Protection haben von den Platten. Ja, das ist toll. Oder ich will Munition transportieren, aber das sind beide Sachen, die zivil eigentlich recht wenig mache. Also ich bin jetzt schon ein Freak und ich renne auch nicht mit einem Plattenträger im Alltag rum. Rechtlich darf ich das aber. Ich darf auch Multicamp-Klamotten tragen. Ich darf auch fünffarben Flecktarn-Klamotten tragen. Machen ja auch gar nicht mal so wenig Leute. Will man das wirklich, will man wirklich eben in eine bestimmte Schiene gesteckt werden, möchte man wirklich eben hier jetzt unbedingt auffallen und sagen, boah, geil, ich habe hier Militärklamotten an oder sowas im Dreh. Ich tue für meinen Teil meistens irgendwie in Räuberzivil oder zivil anreißen. Also es kann schon mal sein, dass ich die Uff-Pro-San habe, wobei meistens halt ist die Oliv- oder Coyote-Farben. Tarnfarbene Sachen trage ich zivil eigentlich sehr wenig und wenn, dann eher so ein bisschen Mode tarn. Also ich habe auch Bauchtasche Multicamp-Black oder sowas, was ich zivil trage. Aber jetzt so die richtig krassen Tarnungen benutze ich zivil eigentlich gar nicht. Deswegen muss ich wirklich hier sagen, dürfen tut ihr es, aber müsst ihr es. Das Thema ist halt, wenn in den AGBs von irgendeinem Spielfeld irgendwas drinsteht, dann gilt erstmal Hausrecht. Wenn das drinsteht, reißt den Zivil an, dann reißt den Zivil an. Wer da in Multicamp, Fünffarbenflecktarn oder irgendwelchen anderen Tarnmuster, sagen, ja, ich bin sehr kreativ. Mir fallen immer dieselben zwei auf Anhieb ein. Das ist eher Ivans Baustelle. Da kenne ich mich weniger gut aus. Wenn ihr in den Tarnfarben anreißen wollt, ja, dann schaut, ob das mit den AGBs hinhaut. Weil wenn der Spielfeldveranstalter, also der Spielfeldbesitzer, der Veranstalter sagt, nö, kommt hier noch nicht rein, dann ist das sein Hausrecht. Dann könnt ihr nichts dagegen machen. Wenn es in den AGBs drinsteht, kann es auch sein, dass er ein bezahltes Ticket nicht erstattet kriegt, weil er ist dann im Recht. Er hat es in seinen AGB drinstehen. Mit dem Kauf des Tickets habt ihr die AGBs akzeptiert. Aus der rechtlichen Sicht ist hier aber tatsächlich nichts dagegen zu sagen. Und ich muss an der Stelle nochmal sagen, ich bin kein Anwalt, ich bin kein Rechtspfleger. Also ich gebe das nur aus meiner eigenen Erfahrung wieder und aus meinem eigenen Kenntnisstand. Es gibt keine rechtliche Komponente, die euch das Tragen von taktischen Klamotten, von Airsoft-Ausrüstung in der Öffentlichkeit verbietet, solange da keine Messer oder Schusswaffen, auch Airsoft-Schusswaffen, auch 05er oder sonst was dran befestigt sind. Ihr könntet auch mit leeren Holz da rumlaufen. Es gibt keine rechtliche Komponente, die euch das verbietet. Auch die Magazine wären okay, aber ganz ehrlich, je mehr ihr taktisch und militärisch ausschaut, je mehr kommt ihr wahrscheinlich in eine Polizeikontrolle, je mehr schauen euch die Leute wahrscheinlich doof an und je mehr unnütz ist es eigentlich. Aber rechtlich, wie gesagt, gibt es nichts dagegen zu sagen. Wenn euch das Thema interessiert hat und wenn ihr mehr Videos von dieser Art sehen wollt, dann lasst uns ein Like und ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal hier auf GSPR Soft. Bis dann.